Grüß Gott und willkommen zur Pressestunde. Wir erleben außergewöhnliche Zeiten und seit gestern wissen wir auch, dass wir einem zweiten Lockdown leider nicht entkommen werden. Die Corona-Zahlen sind auf Rekordniveau und nach dem Sanften steht uns jetzt doch ein harter Lockdown bevor. Das hat natürlich Auswirkungen auf alle Lebensbereiche und auch auf die Wirtschaft. Damit nicht genug ist unser Land auch noch immer mit der Aufarbeitung des Terroranschlags von letzter Woche beschäftigt. Es gibt also mehr als genug Themen zu besprechen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz, den ich jetzt herzlich begrüßen darf. Grüß Gott. Grüß Gott und vielen Dank für die Einladung. Die Frage steht bei mir Isabel Daniel von der Tageszeitung heute. Hallo Österreich. Österreich, verzeihbar. Hätte ich doch vom Zettel lesen müssen. Ja, Herr Bundeskanzler, unser Land muss jetzt einen Terroranschlag verarbeiten. Es hat sehr lange so geklungen, als im Sommer, als hätten wir das Virus so weit im Griff, dass man guter Dinge sein könnte. Es wurde auch Optimismus verströmt. Jetzt schaut es ganz anders aus. Ab Dienstag gibt es den zweiten Lockdown. Vielen im Land geht es relativ schlecht mit der Perspektive auf die nächsten Wochen. Wie geht es Ihnen eigentlich als Bundeskanzler, wenn man solche Maßnahmen verhängen muss? Ja, wie Sie sich vorstellen können, ist das nicht einfach. Da gibt es viele, die an einem Zern, viele, die versuchen, einen zu überzeugen. Manche, die traurig und hoffnungslos sind. Manche, die sehr wütend und aggressiv sind. Aber es hilft nichts. Man muss Entscheidungen treffen, die notwendig sind, auch wenn es schwierige Entscheidungen sind. Und gerade die Corona-Pandemie, die lässt uns keine andere Wahl. Es ist notwendig, harte Entscheidungen zu treffen. Und wir haben im Frühling erlebt, dass diese harte Entscheidung eines Lockdowns funktioniert hat. Wir hatten danach, das vergisst man ja jetzt gerne, eigentlich fünf Monate, wo wir sehr unbeschwert, relativ mit wenig Einschränkungen in Österreich leben konnten, wo die Wirtschaft recht gut gelaufen ist. Der Tourismus sogar im Sommer funktioniert hat. Und ja, wie in anderen Ländern auch, steigen die Zahlen natürlich in so einer Phase zuletzt sehr stark. Und das ist der Grund, warum wir jetzt auch wieder reagieren müssen. Das ist ein Einschnitt für jeden, auch für mich persönlich. Ich lebe auch lieber privat in einer Zeit, in der ich Familie, Freunde treffen darf und meine Freizeit aktiv gestalten kann. Ich verstehe, dass das für jeden schwierig ist, wenn das vielleicht ein Trost ist. Wir sind damit nicht allein. Viele Länder hatten gerade ihren zweiten Lockdown. In Israel, in Tschechien, in anderen Ländern hat das schon funktioniert. Manche wie wir sind gerade mittendrin und auf andere kommt diese Phase wahrscheinlich noch zu. Da werden wir dann eh noch im Laufe der nächsten Stunde näher darauf eingehen. Schauen wir uns vielleicht einmal die Zahlen an, damit wir wissen, warum es jetzt eben diesen Lockdown gibt. Österreich liegt nämlich mittlerweile weltweit leider an der Spitze bei den täglichen Neuinfektionen. Das sind Zahlen von gestern. Wir haben hier die aktuellen Zahlen des Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten der EU. Beim Sieben-Tagesschnitt liegt Österreich mit 831 Covid-Neuinfektionen pro eine Million Einwohner. Deutlich über dem Schnitt der anderen EU-Länder und auch über den Wert der USA, was ja besonders bemerkenswert ist. Österreich hatte ja in der ersten Welle auch erfolgreich reagiert, wenn man sehr früh agiert hat mit dem Lockdown. Warum haben Sie diesmal so lange zugeschaut? Es hat sich ja eigentlich ab Mitte September abgezeichnet, dass wir in ein exponentielles Wachstum geraten haben. Sie haben damals sogar gesagt, wir kommen in eine zweite Welle. Ab Mitte Oktober war es klar, dass es ungefähr Mitte November wirklich eng in den Intensivstationen wird. Sie haben gestern erklärt nach der Pressekonferenz, dass Sie ja früher reagieren wollten. Nur wenn Sie früher verschärfen wollten, was heißt das dann, dass Sie sich in der Regierung nicht durchsetzen? Naja, wir leben in einer Demokratie und wie Sie wissen, kann da der Bundeskanzler auch nicht alleine entscheiden. Und Sie kennen mich ja, Frau Daniel, ich bin und war immer für sehr restriktives Handeln, für frühes Reagieren und fürs frühe Setzen von Maßnahmen. Und ich gebe zu, dass wir in den letzten Wochen immer wieder Diskussionen hatten, auch mit den Bundesländern, mit anderen Parteien, wo noch nicht die Bereitschaft war, diese entsprechenden, harten Einschnitte vorzunehmen. Und das ist ja auch jetzt so. Wir liegen zwar in den Zahlen bei einem absoluten Spitzenwert. Die Intensivstationen sind knapp davor, überzugehen. Wir müssen diesen Lockdown setzen und alle Oppositionsparteien kritisieren ihn und sprechen davon, dass Schulen und anderes hätte offen bleiben sollen. Insofern, es ist natürlich immer eine Herausforderung, diese Schritte zu setzen. Da gibt es immer Widerstand. Das kenne ich gut als Bundeskanzler. Ich bin froh, dass wir diese Entscheidung jetzt getroffen haben. Ich glaube auch, dass der Lockdown jetzt wirken wird. Bei einer Sache muss ich vielleicht all jenen sogar Recht geben, die da zögerlicher waren als ich und immer dafür waren, zuzuwarten. Ich glaube, die Bevölkerung war wahrscheinlich auch vor einigen Wochen noch gar nicht zu weit, um überhaupt mitzumachen. Denn die Maßnahmen sind das eine. Die zweite Frage, die natürlich mindestens so entscheidend ist wie die Maßnahmen, ist die Frage, macht die Bevölkerung überhaupt mit? Entschuldigung, ich würde nur ganz kurzweise das mit der Bevölkerung sagen. Ist es nicht Aufgabe, von Politik vorzugehen? Wir sind jetzt einen Millimeter vor dem Abgrund. Wir reden ja hier von Menschen, die sterben. Also wir veröffentlichen jeden Tag Zahlen, aber das sind ja Schicksale. Das sind Familien. Es ist nicht lustig, wenn man überlebt, aber trotzdem drei Wochen auf den Intensivstationen lebt und auch die Konsequenzen des Lockdowns sind nicht lustig. Ist es da nicht Aufgabe? Und ich weiß das mit den Ländern und ich weiß das mit den Koalitionspartnern, aber trotzdem muss da eine Regierung, müssen da auch Landesregierungen nicht vorgehen und die Menschen dann mitnehmen, wie es etwa Deutschland gemacht hat, die in den Inzidenzien, also im Falldurchschnitt pro 100.000, einfach drei Wochen vor uns pro Kopf reagiert hat. Natürlich, Frau Daniel, und sonst hätten wir ja eine ganz andere Situation. Wenn ich zurückdenke an den September, Oktober, als wir Maßnahmen beschlossen haben, dass keine Veranstaltungen, Hochzeiten mehr stattfinden. Ich habe da dutzende Briefe bekommen von Paaren, die mir geschrieben haben, ich zerstöre den wichtigsten Tag in ihrem Leben. Das heißt, es ist natürlich so, dass die Politik Maßnahmen setzen muss, nur es ist immer auch ein Abwiegen. Sie müssen sich vorstellen, epidemiologisch wäre es das Beste, wir hätten den Lockdown vom Frühling beibehalten und gar nicht mehr aufgesperrt. Dann hätten wir ganz, ganz niedrige Zahlen. Aber es ist eben immer ein im Balance bringen. Und das bedeutet natürlich, dass man mit einem harten Lockdown runterkommt, aber dann sich die Zahlen wieder steigern, ein Wachstum vorhanden ist und man kann mit Maßnahmen, wie wir das getan haben, versuchen, dieses Wachstum so lange als möglich hinaus zu zögern und abzubremsen. Das hat auch in Österreich relativ gut funktioniert. Israel hat den zweiten Lockdown zum Beispiel im September machen müssen. Da haben alle gesagt, Wahnsinn, wie schlecht läuft es denn in Israel. Die haben den zweiten Lockdown, die zweite Welle. Bei uns läuft es so gut, wir leben in Freiheit. Jetzt ist die Situation eine etwas andere. Israel ist wieder unten mit den Zahlen, kann öffnen und wir sind gerade dabei zu schließen. Das heißt, diese Entwicklungen verlaufen nicht in allen Ländern gleichzeitig. Das, was jetzt vor uns steht, sind harte zweieinhalb Wochen. Aber lassen Sie mich es positiv formulieren. Am Ende dieser zweieinhalb Wochen, wenn wir alle zusammenhalten, werden wir sehr weit hinunterkommen und werden wieder Öffnungsschritte setzen können, werden auch das Weihnachtsfest retten können. Aber natürlich nur, wenn alle mitmachen. Und andere Länder haben halt eine teilweise ähnliche Situation. Wenn wir jetzt in unsere Nachbarschaft blicken, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Südtirol, alle im Lockdown. Die Deutschen haben morgen eine Sitzung, wo sie darüber sprechen, ob sie noch weiter verschärfen müssen. Und manche Länder gehen einen anderen Weg, wenn ich an Frankreich denke, mit einem Teil-Lockdown, wo es jetzt aber Prognosen gibt, dass dieser vielleicht bis in den Jänner hinein verlängert werden muss. Das heißt, unser Ziel ist klar, wir wollen jetzt einerseits die Intensivstationsüberlastung verhindern, zum Zweiten aber mit diesem harten Schritt auch schnell hinunterkommen, damit wir dann wieder Öffnungsschritte auch setzen können. Sie haben vorher gesagt, hätten Sie den Lockdown zum Beispiel so wie Israel schon im September gemacht, vermuten Sie, dass viele in der Bevölkerung gar nicht mitgemacht hätten, weil das Verständnis sehr gering gewesen wäre. Trotzdem ist es so, dass der Sommer, wie Sie auch vorher gesagt haben, eigentlich relativ normal war. Ja, Gott sei Dank. Vom Gefühl her, es ist da nicht verständlich, dass die Leute oder viele Menschen im Land das Gefühl haben, es ist eigentlich das Virus eh schon vorbei. Es hat ja auch von Ihnen oder vom Finanzminister sehr optimistische Aussagen gegeben. Und es hat immer wieder geheißen, also irgendwann haben Sie gesagt, wir tun alles dafür, um einen zweiten Lockdown zu verhindern. Das ist jetzt nicht geglückt. Sind wir von dieser zweiten Welle und auch Sie und die Regierung überrascht worden? Nein, wir sind von der zweiten Welle überhaupt nicht überrascht worden. Ich habe Ende des Sommers eine Rede gehalten im August, wenn Sie sich erinnern können, wo ich zwei Dinge gesagt habe, nämlich es gibt Licht am Ende des Tunnels. Wir werden nächsten Sommer durch die Erforschung eines Impfstoffes wieder zur Normalität übergehen können. Bei dieser Einschätzung bleibe ich. Vielleicht war ich sogar zu skeptisch. Vielleicht schaffen wir es sogar etwas vor dem nächsten Sommer. Wer weiß. Und zum Zweiten habe ich gesagt, der Herbst und der Winter wären sehr schwer. Und genau das tritt gerade ein. Ich bitte nur um eins. Was mir ein bisschen auffällt in den letzten Tagen ist, jedes Mal, wenn wir Maßnahmen setzen wollten im September, im Oktober, haben die Kritiker gesagt, total übertrieben, viel zu viel, überzogen, die Zahlen sind gering. Jetzt, wenn wir den Lockdown setzen, gibt es die einen, die sagen übertrieben und die anderen, die sagen viel zu spät. Die Wahrheit ist, es ist natürlich immer eine Ermessensentscheidung. Was ich nur klar und deutlich sagen möchte, ist, es war kein Fehler, dass wir einen relativ normalen Sommer verbracht haben. Es war kein Fehler, dass wir relativ normal fünf Monate leben konnten. Weil was wäre denn die Alternative gewesen? Die Alternative wäre gewesen, ein Dauer-Lockdown, der sowohl sozial als auch wirtschaftlich ein Riesenproblem dargestellt hätte. Weil Sie die Zweifler ansprechen, knapp 40 Prozent. Insofern möchte ich nur ganz kurz eines zitieren, was Bibi Netanyahu schon irrsinnig früh gesagt hat. Er hat im Mai die Prognose abgegeben, dass wir uns auf viele Wellen einstellen werden müssen. Und er hat die Entwicklung mit einer Ziehharmonika verglichen. Er hat die Prognose abgegeben, es wird Wellen, also Anstiege geben, wo man reagieren muss, um die Zahlen hinunterzubringen. Und dann wieder Entspannungsphasen und Normalität bis zur nächsten Welle. Und er hat vollkommen Recht behalten. Wir haben auch ein Phänomen, das ich noch ansprechen möchte, nämlich, dass oftmals das Wachstum überhaupt nicht berechenbar ist. Ich bin zum Beispiel bei Ihnen, Frau Daniel, im Sommer, da hat das Leben in Österreich so unbeschwert stattgefunden, dass ich teilweise damit gerechnet hätte, dass die Zahlen schnell wieder explodieren. Das ist nicht passiert. Wir hatten niedrige Zahlen den ganzen Sommer über, sogar auch noch im September bis in den Oktober hinein. Lassen Sie mich damit kurz nachfragen. Wir hatten zum Beispiel in einem Bundesland in Salzburg, wo die Maßnahmen relativ streng waren, innerhalb von einer Woche im Oktober eine Vervierfachung, während es im Rest von Österreich relativ ähnlich abgelaufen ist. Wir hatten jetzt in der letzten Woche eine Stabilisierung in Burgenland, in Niederösterreich, in Wien. Aber in Oberösterreich, in Vorarlberg und in Kärnten sind die Zahlen fast noch mal explodiert, obwohl wir schon im Teil-Lockdown waren. Das heißt, ich bitte auch um eins, nämlich einfach anzuerkennen, dass wir es hier mit einem Virus zu tun haben, wo teilweise gewisse Entwicklungen nicht unbedingt prognostizierbar sind. Und trotzdem gibt es eine Apokalop-Umfrage, wo nach 40 Prozent der Bevölkerung die Corona-Gefahr immer noch für übertrieben halten. Ja, ich... Wie wollen Sie diese Menschen erreichen oder mitnehmen? Also Sie haben jetzt viele Zahlen gesagt. Man kennt die Bilder aus den Intensivstationen. Man erinnert sich, was in Italien los war. Man weiß, was in den USA los ist. Schauen Sie, ich leide auch darunter. Ich habe die Woche ein Erlebnis gehabt. Ich war, wo etwas abholen, bin dort hingekommen, habe mir gedacht, wahnsinnig diszipliniert, wie das da läuft. Es sind drei, vier Leute angestanden, alle mit Maske, alles perfekt. Habe ein gutes Gefühl gehabt, gehe hinein, hole das ab und sehe in einem kleinen Kammerl ein winziger Tisch, auf dem sechs Personen ganz eng aneinander sitzen und freudig, aufgeregt miteinander plaudern. Als Sie mich gesehen haben, sind gleich einmal einige auseinandergerückt, andere aufgestanden, alle haben gleich die Maske hinaufgegeben und kommt einer zu mir her und sagt, Herr Bundeskanzler, es ist eher Wahnsinn, Sie müssen jetzt was tun. Die Leute, die halten sich an gar nichts. Wenn man an die Bilder zum Beispiel gestern in den Einkaufsstraßen denkt. Ich habe insgeheim kurz innehalten müssen und dann freundlich aber doch gesagt, naja, wissen Sie, das Problem ist, dass gerade bei dem, was da stattfindet, sechs Leute in einem kleinen Raum an einem engen Tisch, das sind eigentlich die Hauptrisikofaktoren, die wir haben. Das heißt, ja, Herr Schaum, Sie haben vollkommen recht, wir haben nach wie vor das Problem, dass viele Menschen glauben, sie können sich bei Menschen, die sie gut kennen, eh nicht anstecken, dass viele Menschen das Gefühl haben, sie sind ja gesund, sie haben ja nichts, darum können sie auch kein Corona haben und all das ist natürlich eine Herausforderung. Wir haben eine eindringliche Bitte auch an dieser Stelle an die Bevölkerung. Viele Menschen sind asymptomatisch und wissen nicht, dass sie infiziert sind, können aber trotzdem andere anstecken. Jeder Kontakt ist einer zu viel und gerade Zusammenkünfte im privaten Bereich, gerade Zusammenkünfte mit Menschen, die man kennt, die man mag, sind leider Gottes der Ort, wo Ansteckungen stattfinden und sind die größte Gefahr. Herr Bundeskanz, ich würde trotzdem gerne nochmal auf den Sommer zurückkommen, weil die Art, wie wir dann später öffnen werden, wird darüber entscheiden, ob wir direkt in einen dritten Lockdown hineinschlittern. Sie haben jetzt gesagt, Gott sei Dank haben wir im Sommer ganz normal leben können. Es war nicht ganz normal, aber es war relativ gut für eine Pandemie. Wir hatten im Sommer sogar weniger strenge Maßnahmen als Schweden. Sie wissen, Schweden hatte durchgängig nur 50 Personen bei öffentlichen Veranstaltungen, ein paar andere Dinge und ich werde jetzt sicher nicht Schweden als positives Modell nennen, aber Sie wissen, warum ich jetzt genau Schweden nenne. Gleichzeitig haben wir zum Beispiel gesehen, dass Deutsche, und die werden jetzt nicht so anders dicken als Österreicher, würde ich einmal vermuten, bei den Masken, die Umfrage, die du zitiert hast, eigentlich viel mehr die Masken anwenden. Könnte das nicht auch damit zusammenhängen, dass die deutsche Bundesregierung, dass die meisten Landesregierungen in Deutschland durchgängig auf die Masken gesetzt hatten im ganzen Sommer? Weil es ist ja nicht nur die Wahl, außer Sie widersprechen mir da zwischen totalen Lockdown und totalen Normalleben, sondern man weiß ja mittlerweile, dass wenn man die Maske trägt, wenn man gleichzeitig zwei Meter Abstand hält und sich wirklich viel die Hände wäscht, dass man sehr viel eindämmen könnte. Also ist das in der Retrospektive nicht doch ein Fehler gewesen? Und sollten wir, wenn wir hoffentlich die Zahlen dann in zweieinhalb, drei Wochen runterkriegen, diese Sachen jetzt mitbedenken und uns da mehr ein Beispiel an den deutschen Nachbarn nehmen? Also ich kann nur sagen, wenn ich mit den Regierungschefs in Brüssel zusammentreffe, dann schildern alle dieselben Erlebnisse. Dann schildern alle dieselben Probleme. Wenn ich mir anschaue, worüber klagt man in Deutschland und anderen Ländern, dann sind das doch Partys stattfinden, obwohl es verboten ist, dass Leute zwar brav die Maske tragen, aber sobald sie jemanden treffen, den sie kennen, nehmen sie sie ab. Es gibt Berichte über die Busse-Busse-Gesellschaft in Paris, wo zwar die Kaffeehäuser schon fast zu hatten, man trug die Maske, nahm sie ab, um sich zu begrüßen und setzte sie dann wieder auf. Wir sind nicht die Asiaten in Europa. Wir haben nicht dieselbe Erfahrung von Kindheit an, was diese Hygienemaßnahmen beziehungsweise das Maskentragen betrifft. Wir haben eine ganz andere Kultur und insofern ist das für uns ein so schwieriger Kulturbruch. Daher kann ich nur sagen, Frau Daniel, Sie haben absolut recht, die Maske ist massiv hilfreich. Je mehr wir Maske tragen, wenn wir mit anderen Menschen zusammenkommen, desto besser wird es funktionieren. Und die Herausforderung, die wir haben werden beim Aufsperren, das ist immer das Gleiche, ist natürlich, wie sperren wir so auf, dass die Menschen ein Maximum an Freiheit haben können, aber trotzdem die Einschränkungen weiter gelten, die notwendig sind. Das wird in der Schule genauso ein Thema sein, wie in anderen Bereichen auch. Die Stimmung in der Bevölkerung, das ist eine andere, als sie im Frühjahr war. Man hat das Gefühl gehabt, im Frühjahr wird mehr zusammengehaltet. Jetzt hat man ja das Gefühl, zum Beispiel gestern, wenn man in Wien durch die Einkaufsstraßen gegangen ist, dass noch sozusagen fast noch Last-Minute-Shopping stattgefunden hat. Hat das, glauben Sie, auch damit zu tun, dass es doch immer wieder diffuse Kommunikations- oder dass diffuse Sachen auch aus der Regierung zu hören waren? Es gibt ja auch Dinge, die nicht funktioniert haben. Das Contact-Tracing hat am Ende nicht so funktioniert. Die Corona-App, die am Anfang, auf den man sehr stark gesetzt hat, hat offensichtlich nicht so funktioniert. Die Ampel, wo keiner so genau gewusst hat, was heißt jetzt die Farbe Rot-Geld-Grün. Ja, diese letztlich Unsicherheit hat das auch damit zu tun, dass es eben nicht so wie im Frühjahr war, dass es eine einheitliche Linie gegeben hat über den Sommer hinweg. Also ich würde gern zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist die Frage, gibt es Dinge, die noch besser werden müssen? Ja, definitiv. Das Contact-Tracing in den Bundesländern muss besser werden. Das ist ganz zentral, um Ansteckungsketten auch zu durchbrechen und um Ansteckungen nachzuvollziehen. Gibt es Regeln, die klarer kommuniziert werden können? Ja, natürlich. Aber ein anderer Bereich, das ist die Frage, wie Corona-müde ist die Bevölkerung? Und da bitte ich Sie ein bisschen, einfach sozusagen den Hausverstand einzuschalten. Wir haben in Frühling die Situation gehabt, dass von heute auf morgen eine Krankheit da war, bei der keiner wusste, wie gefährlich ist sie wirklich, was bedeutet das für mich persönlich. Und wir haben Gott sei Dank als Österreich schnell reagiert und eine Situation wie in Italien und anderswo verhindert. Dass nach acht, neun Monaten eine Müdigkeit bei der Bevölkerung da ist, dass der zweite Lockdown schwieriger ist als der erste, dass eine Woche sich einschränken kein Problem ist, aber neun Monate Einschränkungen einfach irgendwann eine Belastung für die Bevölkerung sind. Das ist ja vollkommen klar und ich habe ein bisschen das Gefühl, ich weiß sozusagen, Sie sind Innenpolitik-Journalisten, aber trauen wir uns doch den Blick über unsere Grenze hinaus. Glauben Sie, dass irgendwo in Europa oder irgendwo in der Welt es keine Corona-Müdigkeit gibt? Ich war letzte Woche mit dem Premierminister von Australien telefonisch beisammen und habe ihm gratuliert und habe gesagt, zwei Länder auf der Welt, die es wirklich geschafft haben, Australien, Neuseeland, ihr habt eure Grenzen dicht gemacht, keiner kommt raus, keiner kommt rein, Australier dürfen seit Monaten nicht ausreisen und alles funktioniert. Und er sagt zu mir, ja was glaubst du denn, wir haben zwar die Corona-Situation unter Kontrolle gebracht, aber einen massiven Protest von Menschen, die sagen, wir können uns nicht mehr frei bewegen, wir dürfen das eigene Land nicht verlassen, eine Einschränkung für die Wirtschaft, wenn man nicht reisen kann. Also ich glaube, man muss schon sich im Klaren sein und ich möchte einfach wirklich auch die Bevölkerung in Schutz nehmen und dann nicht so urteilen, wenn jemand Corona-müde ist nach neun Monaten, das ist ja ganz normal. Der Innenminister hat gestern gesagt, viele zipft es an. Aber lassen Sie, Sie haben gesagt, man soll den Blick über die Grenzen machen. Machen wir das auch, wenn es jetzt um das Thema geschlossene Schulen geht, Fernunterricht, den es ja ab Dienstag wieder geben soll. Da setzen ganz viele Länder in Westeuropa immer noch, zwar auf einen Lockdown, aber nicht auf geschlossene Schulen. Auch die Opposition kritisiert das ganz stark. Es gibt Studien, wonach eigentlich nur sehr wenig Kinder und Lehrer infiziert sein sollen, nicht einmal ein halbes Prozent. Was wissen denn Sie, dass Sie sicher sind, dass das der richtige Weg ist? Es gibt unterschiedliche Konzepte, aber es haben sich einfach viele Behauptungen als falsch herausgestellt. Die, die behauptet haben, dass Kinder sich nicht anstecken können oder Jugendliche sich nicht infizieren, die sind einfach von der Wissenschaft mittlerweile aufgeklärt worden, dass diese These falsch ist. Wir haben diese Woche erst eine Massentestung auch durchführen lassen, um eine Dunkelziffer-Studie zu machen bei Schülerinnen und Schülern und sind draufgekommen, wir haben in Österreich natürlich tausende Kinder und Jugendliche, die infiziert sind und das in den meisten Fällen nicht einmal wissen, weil sie eben asymptomatisch sind. Die Studie der Uni Innsbruck, diese Kugel-Studie, sagt aber von 10.500 nur 40. Naja, natürlich, Herr Schaum, wenn Sie sagen, von 10.000 sind es nur 40, das ist schon richtig. Sie sagen, wie wenn ich sage, wir zu dritt sitzen da und wir haben es alle nicht, ist die Welt ja in Ordnung. Hoffentlich. Ja, natürlich, von 10.000 nur 40, das ist eine kleine Zahl, nur wenn Sie das dann auf über eine Million Schüler hochrechnen, dann kommen Sie auf tausende Schülerinnen und Schüler, die infiziert sind, in den meisten Fällen ohne es zu wissen und natürlich ihre Familien, Freunde, die Großeltern oder andere anstecken können. Daher würde ich gerne einmal festhalten, erstens, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Kinder und Jugendliche sich selbstverständlich infizieren können und das Virus auch weitergeben können. Zum Zweiten, führende Wissenschaftler, von Trosten angefangen, führende internationale Studien, Isabel Daniel nickt auch, sagen, dass natürlich Schulen einen wesentlichen Beitrag auch zum Infektionsgeschehen haben. Und daher kann ich nur sagen, es ist ein schmerzhafter Schritt, es ist natürlich eine totale Herausforderung für die Eltern, für die Schüler und für die Lehrer, dass wir noch einmal diesen Schritt zum Distance Learning machen müssen. Wir machen ihn aber auf eine begrenzte Zeit für zweieinhalb Wochen. Und was mir auch wichtig ist zu sagen, für alle, die es brauchen, stehen die Schulen auch offen. Wer arbeiten muss, wer keine Möglichkeit hat, wer zu Hause vielleicht auch zu wenig Platz hat, um ein Distance Learning ordentlich zu organisieren, der hat natürlich die Möglichkeit, auch die Kinder in die Schule zu bringen. Warum halte ich diesen Schritt für richtig? Weil wir wissen aus dem Frühling, dass der erste Lockdown funktioniert hat. Wir wissen aus Israel, dass auch der zweite Lockdown in der zweiten Welle funktioniert. Und ich möchte zum einen nicht, dass unsere Intensivstationen überlastet werden. Und zum anderen möchte ich auch nicht, dass wir in einem Lockdown light jetzt monatelang verharren müssen. Und ich würde Sie bitten, es ist immer gut, eine Momentsituation zu diskutieren. Wie steht Österreich im Moment im internationalen Vergleich da? Wie ist die Kritik an den Schulen im Moment? Aber bitte diskutieren wir diese Frage in zwei, drei Wochen. Ich bin überzeugt davon, wenn alle Österreicherinnen und Österreicher mitmachen, dann können wir in zweieinhalb Wochen die Ansteckungszahlen massiv nach unten drücken und können dann auch wieder zur Normalität übergehen. Und andere Länder werden vielleicht sehr, sehr lange in einem Semi-Lockdown oder Teil-Lockdown hängenbleiben, was für die Bevölkerung, für die Wirtschaft, für die Psyche der Menschen auch sehr belastend ist. Zu den Schulen habe ich sehr viele E-Mails bekommen. Deshalb lese ich jetzt einfach eine Frage vor, die sich herauskristallisiert hat. Ich habe schon gesagt, es gibt viel Kritik, was noch nicht allen offensichtlich ganz klar ist. Die Eltern sollen die Kinder zu Hause jetzt im Fernunterricht oder müssen die Kinder im Fernunterricht betreuen. Gleichzeitig Homeoffice machen. Die Sache mit dem Rechtsanspruch auf Sonderbetreuungsurlaub, wenn ich das richtig interpretiere in der Verordnung, dann gilt das ja dann, wenn die Kinder nicht in die Schule können. Jetzt können sie ja, aber werden nicht unterrichtet. Kurz gefragt, gibt es jetzt diesen Rechtsanspruch auf Sonderurlaub oder gibt es ihn nicht in der Situation, die jetzt in den nächsten zwei Wochen auf uns zukommt? Es ist ganz einfach. Wer die Möglichkeit hat, seine Kinder zu Hause zu betreuen, den bitten wir, das zu tun. Sie dürfen nicht vergessen, wir haben hunderttausende Menschen, die derzeit arbeitslos sind. Wir haben hunderttausende Menschen, die in Kurzarbeit sind. Wir haben viele, wo jetzt Geschäfte, Dienstleistungsbetriebe, Gastronomie geschlossen worden sind und die zu Hause sind. Das heißt, wer die Möglichkeit hat, seine Kinder zu Hause zu betreuen, den bitten wir, das zu tun. Wer die Möglichkeit nicht hat, dem stehen die Schulen selbstverständlich offen. Der hat jeden Tag die Möglichkeit, wie sonst auch, seine Kinder in die Schule zu bringen. Sie werden dort nicht nur gut betreut sein, sondern es werden auch die Lehrer anwesend sein, um in Kleingruppen diese Kinder zu fördern, zu unterstützen, mit ihnen auch das, was beim Distance Learning zu Hause passieren soll, in der Schule vor Ort zu machen. So gesehen, es ist aber keine Schulschließung, sondern ein Fernunterricht. Ja natürlich, es ist das, was ich in der Pressekonferenz angekündigt habe. Es ist ein Umstellen auf Fernunterricht. Und der dritte Punkt ist die Frage des Rechtsanspruches. Der ist für den Fall konzipiert, dass ganze Schulen geschlossen sein müssen, wegen Corona-Infektionen bei Lehrern, wegen so vielen Infizierten, dass der Unterricht dort gar nicht mehr sicher stattfinden kann. Das ist ja auch etwas, so ehrlich sollten wir ja an dem Tisch auch einmal sein, was ja in den letzten Wochen das Leben in der Schule auch schon sehr belastet hat. Ich habe mit einer befreundeten Familie unlängst gesprochen und die Kinder gefragt, an einem frühen Nachmittag und wie war es in der Schule, sagen die, naja, von fünf Stunden drei subliert. Warum? Weil einfach sehr viele K1-Personen, sehr viele positiv Getestete in der Schule und dadurch natürlich ein Schulunterricht in dem Sinn, wie wir es sonst kennen, mit Gruppenarbeiten, mit ordentlichem Unterricht auch gar nicht mehr stattfinden konnte. Und insofern, ja, es ist ein schwerer Eingriff. Es wird eine sehr belastende Phase für uns alle werden, die nächsten zweieinhalb Wochen. Aber gleichzeitig, wenn wir das gemeinsam gut durchhalten, dann bin ich sehr optimistisch, dass das auch die entsprechende Wirkung zeigt. Ich habe genickt, dass Sie gesagt haben, Infektiosität an Schulen. Und Sie haben auch recht, man sollte immer einen Blick ins benachbarte Ausland international machen. Mir ist klar, dass Sie jetzt gerade Frankreich meinen, dass die Schulen offen hat und wo die Zahlen nur sehr langsam runtergehen. Es gibt aber auch da andere Beispiele, zum Beispiel Irland hat viel früher im Infektionsgeschehen reagiert als wir, hat wirklich einen scharfen Shutdown gemacht, also alle Geschäfte zu Ausgangsbeschränkungen auf Radius von fünf Kilometer, aber die Schulen offen gelassen. Das ist der eine Punkt, das ist unbestritten, dass wenn das Infektionsgeschehen hoch ist, dass auch Kinder genauso infektiös sind. Es gibt die Studien vom Robert-Koch-Institut, von Salpeteria in Paris und aus Dänemark. Ab zehn Jahren ist die gleiche Infektiosität. Aber weil das eben internationale Experten wissen, haben zum Beispiel andere Länder den Schulstart auch anders organisiert. Italien hat Einzelpulte bestellt. In fast allen europäischen Ländern gab es die ganze Zeit Masken im Unterricht, auch zumindest ab zehn Jahren. Ihr Bildungsminister hat Ende August erklärt, Masken im Unterricht, seinen PR-Gag, während alle anderen das schon gemacht haben. Und natürlich gab es Länder wie Deutschland, die auch geschaut haben, dass man Luftfilteranlagen hat. Also hat man wenigstens daraus gelernt, dass dieser Schulstart von allen Bildungsverantwortlichen wirklich sehr, sehr schlecht organisiert war und dass man deswegen jetzt in die Situation gekommen ist? Wir sind nicht wegen einer Einzelfrage deshalb in der Situation. In den Schulen, in den Schulen meine ich jetzt. In den Schulen wird der Bildungsminister sehr genau vorbereiten, wie dann mit dem 7. Dezember der Wiedereinstieg an den Schulen stattfinden kann. Und ich persönlich habe eine klare Meinung. Ja, ich bin für Masken in den Schulen. Aber ich sage auch dazu, nur dass man nicht sozusagen da ohne Maske sitzt und uns jetzt alle so leicht reden, man muss sich schon auch mal vorstellen, wie das ist, wenn in einer Klasse mit sehr begrenztem Raum 25 Achtjährige drin sitzen, die alle eine Maske tragen und vorne ein Lehrer unterrichtet, der vielleicht durch eine Maske oder im schlimmsten Fall durch eine FFP2-Maske durchsprechen muss. Ich kann Ihnen nur sagen, Frau Daniel, ich bin für konsequente Maßnahmen. Aber man muss schon auch immer wissen, was das für Betroffene heißt. Und ich habe viele Sitzungen jetzt mittlerweile geleitet mit einer Maske. Und ich kann Ihnen nur sagen, nach der dritten Sitzung habe ich mein Team gebeten, mir ein Mikrofon zu organisieren, weil das stimmlich einfach irgendwann eine irrsinnige Herausforderung wird. Und ich habe aber meistens Sitzungen, wo die Teilnehmer wahrscheinlich disziplinierter sind als jetzt Kinder in einer Schulklasse. Das heißt, was ich nur sagen möchte, ja, der Bildungsminister wird alle Vorbereitungen treffen, um einen möglichst sicheren Schulstart mit dem 7. Dezember auch zu organisieren. Wie sicher ist dieser Schulstart eigentlich am 7. Dezember? Wir haben uns in der Bundesregierung klar dazu entschieden, dass wir die Schulen und den Handel als erstes aufsperren. Und ich rechne fix damit, dass wir das auch am 7. Dezember machen können. Aber dann möglicherweise mit Schichtbetrieb, so wie wir das beim letzten Restart erlebt haben. In welcher Art und Weise das stattfinden wird, wird es sehr stark vom Infektionsgeschehen abhängen. Darauf würde ich gerne kommen, weil das fragen sich jetzt ganz viele Leute, wenn wir diese knapp 20 Tage jetzt gut durchstehen. Was ist eigentlich konkret das Ziel? Also Deutschland hat zum Beispiel gesagt, sie wollen auf 50 pro 100.000 Inzidenz kommen. Also der Falldurchschnitt, das ist in Österreich wahrscheinlich nicht realistisch. Was ist das Ziel hier, dass man sagt, okay, man kann wieder öffnen? Naja, das ist die schwierigste Frage von allen. Weil es da wahrscheinlich eine gewisse Diskrepanz zwischen dem gibt, was ideal wäre und was möglich ist. Wir sind beim ersten Lockdown, weil alle mitgemacht haben, hinuntergekommen auf einen sensationellen Wert von unter 50 Neuinfektionen pro Tag. Das war international sensationell. War sicherlich auch die Basis dafür, dass wir jetzt so lange de facto relativ normal leben konnten. Weil je niedriger die Infektionszahlen, desto länger dauert es natürlich auch, bis sie wieder anwachsen, wenn man öffnet. Wir haben uns lange in einem Kreis der Regierungschefs unterhalten, was eine Größenordnung sein kann, bei der man das Infektionsgeschehen wahrscheinlich unter Kontrolle behalten kann, bei der Contact Tracing noch gut funktioniert, bei der die Situation halbwegs unter Kontrolle ist. Und wir waren eigentlich alle einer Meinung, dass das wahrscheinlich bis zu einer Grenze von 50 in der 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sehr gut machbar ist. Wir stehen derzeit bei einem 10-fach so hohen Wert, also bei einer 7-Tage-Inzidenz von über 500. Das heißt, wenn Sie mich jetzt fragen, was wäre ein perfekter Wert für uns, für all unsere Nachbarländer, dann würde ich sagen, das ist eine 7-Tage-Inzidenz von 50. Schafft man es im Winter, in der kalten Jahreszeit, noch einmal so weit runter zu kommen? Ich weiß es nicht. Israel ist sehr weit runtergekommen, aber hat auch höhere Zahlen. Unsere Nachbarländer, Slowakei, Tschechien, die schon einen harten Lockdown hinter sich haben, beziehungsweise teilweise noch in diesem harten Lockdown sind, kommen hinunter. Aber auf dieses Niveau wahrscheinlich auch nicht. Mit Angela Merkel habe ich lange gesprochen. Sie sagt, das wäre ihr Traumwert für Deutschland, ob das gelingt. Das bezweifelt sie. Insofern ist diese Frage leider schwierig zu beantworten. Aber wenn wir dann öffnen, also sagen wir, wir kommen in die Nähe dieses Idealwert, dann weiß man, dass abgesehen von Prävention zum Beispiel Testen, Dresden, was der Kollege schon angesprochen hat, das wäre zum Beispiel die App, und dann das rasche Isolieren nützt. Das hat die letzten Monate nicht so gut funktioniert. Was wollen Sie da machen, damit wir eben nicht schon wieder in das Gleiche hineinschlittern? Das wird ja ein Kraftakt auch mit den Ländern werden müssen. Also zum einen ist natürlich die Aufgabe der Bundesländer, das Contact-Tracing wieder perfekt vorzubereiten. Man kann den Bundesländern im Moment keinen Vorwurf machen, dass das Contact-Tracing nicht funktioniert, weil bei so hohen Infektionszahlen von Tausenden Infizierten pro Tag, da funktioniert in keinem Land der Welt das Contact-Tracing. Aber die Bundesländer haben die Verantwortung, sich perfekt aufzustellen für den 7. Dezember, um ab dann wieder fit zu sein. Aber wie wird der Bund, die Bundesländer, man braucht ja ein zentrales Pandemie-Management in einer Pandemie. Ein ordentliches Contact-Tracing vorzubereiten. Und das Zweite, was ich machen möchte, wir sind in engem Kontakt mit der Slowakei. Die Slowakei hat vor wenigen Wochen das Projekt gestartet, als erstes Land eigentlich in Europa die Bevölkerung durchzutesten. Südtirol macht das jetzt auch. Und das hat wahnsinnig erfolgreich funktioniert. War ein unglaublicher Kraftakt. Das österreichische Bundesheer hat mitgeholfen. Zehntausende Soldaten bzw. Zivilisten haben dort zusammengeholfen, um diesen Kraftakt zustande zu bringen. Und die Slowakei hat es aber geschafft, bei dieser Massentestung zehntausende positive Tests zu erwirken. Und diese Menschen natürlich dann durch Quarantäne auf Zeit aus dem Verkehr zu ziehen und so das Infektionsgeschehen massiv zu drücken. Das ist ein absolutes Erfolgsbeispiel und wir haben uns hier entschieden in Österreich und sind gerade dabei, das vorzubereiten, einen ähnlichen Schritt zu machen. Wir wollen einerseits auf Massentests am Ende des Lockdowns setzen, um ein Wiederöffnen an den Schulen, aber auch in anderen Bereichen, ein sicheres Wiederöffnen zu ermöglichen. Und zum Zweiten arbeiten wir in der Bundesregierung auch daran, vor Weihnachten mit Massentests ein möglichst sicheres Weihnachtsfest zustande zu bringen. Also Antigentests, damit man sich die Schnelltests... Vor einiger Zeit wäre das noch nicht möglich gewesen, weil es so große Testzahlen noch nicht gab. Jetzt gibt es mit den Antigentests endlich die Möglichkeit, auch Millionen Stück zu kaufen. Es ist eine logistische Herausforderung, die wir mit dem österreichischen Bundesheer, mit dem Gesundheitsministerium, mit den Bundesländern gemeinsam vorbereiten müssen. Und wir werden auch diese Woche als Bundesregierung hier auch die Öffentlichkeit informieren, wie wir diese Massentestungen vorbereiten. Die können ein ganz wesentlicher Beitrag dazu sein, um das Infektionsgeschehen trotz Öffnungsschritten halbwegs niedrig zu halten. Sind die Massentests, wäre das dann so ähnlich wie in der Slowakei, dass man möglichst die ganze Bevölkerung testet und dann diejenigen, die eben infektiös sind, in Quarantäne schickt und dafür der Rest sozusagen ein relativ normales Leben führen kann, was Arbeit und Wirtschaft, aber eben auch Bildung anlangt. Also wir werden Ende der Woche als Bundesregierung darüber informieren, wie der genaue Plan ist. Aber ich kann einmal schon so viel vorweg sagen, wir werden einerseits diese Massentests in gewissen Gruppen, zum Beispiel bei Lehrerinnen und Lehrern, aber auch bei anderen Gruppen nutzen, um mit dem Sinten möglichst sicher wieder aufsperren zu können, um sozusagen diesen Lockdown noch einmal verstärkt abzuschließen. Und zum Zweiten sind wir in Vorbereitung, dieses Instrument auch vor Weihnachten noch einmal zu nutzen, weil wir wissen, dass einfach vielen Menschen zu Recht ein Herzensanliegen ist, dass sie zumindest im kleinen Kreis mit ihren Lieben das Weihnachtsfest halbwegs würdig verbringen können. Und keiner hat ein Interesse, dass er die Eltern oder die Großeltern zu Weihnachten trifft und die dann vielleicht ansteckt. Und daher wird das ein gutes Instrument sein, um hier auch vor Weihnachten noch einmal das Infektionsgeschehen positiv zu beantworten. Sehen Sie darin auch einen Weg, die vulnerablen Gruppen besser zu schützen? Weil im Moment hat man so ein bisschen das Gefühl, die Jungen müssen einen recht hohen Preis dafür zahlen, dass die Älteren geschützt werden? Das wird ja schon eingesetzt. Das ist jetzt schon der Fall, dass zum Beispiel Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Altersheimen regelmäßig solche Tests zur Verfügung gestellt werden. Auch bei Besuchen in Altersheimen, dass die Besucher zuvor solche Tests machen. Also es wird ja natürlich von den vulnerablen Gruppen, aber auch in einigen Unternehmen jetzt schon genutzt. Aber mittlerweile ist es möglich, am Markt auch eine sehr hohe Stückzahl zu bekommen. Das heißt, wir können da auch noch weiter in die Breite gehen. In einem ersten Zwischenschritt einmal in der Phase des Lockdowns, am Ende des Lockdowns und darüber hinaus dann in einem zweiten, noch größeren Schritt in Richtung Weihnachten. Es ist schon relativ spät und wir wollen noch ein paar Themen besprechen. Wichtig ist natürlich der Bereich Wirtschaft. Die Wirtschaft leidet massiv unter Corona, ganz besonders natürlich auch zum Beispiel die Veranstaltungs- und Freizeitindustrie, Hotellerie. Die Wirtschaft soll Umsummen von Geld jetzt bekommen. Wie wollen Sie denn sicherstellen, dass das erstens schneller und noch zielgerichteter passiert, als es im Frühjahr der Fall war? Und zweitens, wer bezahlt dann irgendwann den Preis für diese Milliardenhilfen, die es da gibt? Also ich beginne mal bei Ihrer ersten Frage. Es ist leider Gottes im Frühling vieles auch aufgrund des europäischen Beihilferechts nicht möglich gewesen. Wir haben da immer neidig in die Schweiz geschaut, die einfach mal schnell Geld überwiesen haben oder in die USA, wo das auch stattgefunden hat. Das war leider Gottes in Europa wesentlich schwieriger. Wir haben Gott sei Dank mit der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine starke Unterstützerin, die jetzt auch sichergestellt hat, dass viele der Wirtschaftshilfen, die wir geplant haben, von der Kommission genehmigt wurden. Nicht nur der Fixkostenzuschuss 1, sondern auch der Fixkostenzuschuss 2 und andere Maßnahmen, die wir lange vorbereitet haben, sind jetzt von der Europäischen Kommission auch genehmigt worden. Was jetzt möglich war, und das hat sehr, sehr gut funktioniert, war der Gastronomie und dem Tourismus einfach sehr schnell einen gewissen Prozentsatz ihres Umsatzes zu ersetzen. Berechnet natürlich am Vergleichszeitraum im Vorjahr. Selbiges tun wir auch bei den Dienstleistungsbetrieben, die jetzt geschlossen worden sind, also die persönlichen Dienstleister wie Friseure, Kosmetiker und andere. Und in der Kategorie Handel ist das natürlich etwas fordernder, weil der Handel sehr unterschiedlich ist, was die Margen betrifft, was die Wiederverkaufsfähigkeit betrifft. Ein Autohändler oder ein Juwelier, der setzt sehr viel um. Und wenn er das jetzt nicht verkauft in diesen zweieinhalb Wochen, wird es ihm de facto nicht schlecht. Und er kann es in zweieinhalb Wochen wahrscheinlich genauso wieder verkaufen. Und daher ist es dort notwendig, Abstufungen statt vorzunehmen. Das heißt, dort gibt es nicht den Einheitswert von 80 Prozent, sondern Abstufungen je nach Branche von 20, 40 und 60 Prozent. Was ja jetzt auch bedroht ist, sind sehr viele Einzelunternehmer, also die wirklich kleinen und natürlich extrem viele Arbeitsplätze. Das geht ja jetzt mit einer Pandemie, die ausufert, und zwar nicht nur in Österreich, sondern die Weltwirtschaftslage. Wie wollen Sie dagegen steuern? Und ich hänge gleich noch eine zweite Frage nach, nämlich Arbeitslose. Es werden sehr, sehr viele Menschen völlig unverschuldet, arbeitslos. Da fordert die österreichische Gewerkschaft jetzt schon seit Längerem, dass man das Arbeitslosengeld erhöht, was übrigens auch der Wirtschaft dann letztlich gut täte, weil das Geld ist, das sofort in den Konsum kommt. Wird da jetzt mehr passieren? Also zunächst einmal möchte ich festhalten, dass wir in Österreich eines der großzügigsten Systeme der Welt haben. Und ich bin sehr, sehr froh, dass das so ist. Wir haben mit der Kurzarbeit ein Tool, wo Menschen, die vorübergehend nicht arbeiten können, weil zum Beispiel ihre Betriebe geschlossen sind oder weil der Umsatz zu gering ist, trotzdem 80 bis 90 Prozent ihres Lohns weiterbekommen, obwohl sie wenig oder gar nicht arbeiten. Das ist meiner Meinung nach absolut richtig, dass wir das machen. Man muss aber auch dazu sagen, es ist international fast einzigartig, was es hier in Österreich gibt. Das führt dazu, dass die Arbeitslosigkeit zwar höher ist als vor der Pandemie, dass wir aber noch mehr Menschen in Kurzarbeit haben, die ihren Job nicht verloren haben und die in ihren Job auch wieder zurückkehren können. Das ist einmal ganz zentral. Was das Arbeitslosengeld betrifft, haben wir mit einer Einmalzahlung ja auch schon einen Schritt gesetzt, um hier Arbeitslose zusätzlich in dieser schwierigen Phase zu unterstützen. Grundsätzlich muss aber unser Ziel sein, diese Menschen schnell wieder in Beschäftigung zu bringen. Wir haben daher auch eine Arbeitsstiftung geschaffen, wo die Menschen umgeschult und ausgebildet werden. Denn eine paradoxe Situation haben wir ja schon. Wir haben zwar auf der einen Seite durch die Pandemie eine steigende Arbeitslosigkeit, Wir haben aber in vielen Bereichen nach wie vor viele offene Jobs. Im ganzen Digitalbereich, im Gesundheitsbereich, im Pflegebereich haben wir nach wie vor offene Stellen. Das heißt, es ist etwas komplexer als nur die Frage des Arbeitslosengeldes. Es ist schon auch unsere Aufgabe, Menschen, die derzeit arbeitslos sind, bei einem Umstieg zu unterstützen in Branchen, wo es eben nach wie vor trotz Arbeitslosigkeit, trotz Pandemie offene Jobs gibt. Das heißt aber, das Arbeitslosengeld, eine Erhöhung ist derzeit nicht vorgesehen? Eine generelle Erhöhung ist nicht das Ziel, sondern unser Ziel ist es, die Menschen in Beschäftigung zu bringen. Wir wollen ja nicht die Arbeitslosigkeit auf hohem Niveau in Österreich halten, sondern unser Ziel muss es ja sein, die Menschen schnell in Beschäftigung zu bringen. Für die geschlossenen Branchen jetzt, für den Handel, die persönlichen Dienstleistungen, Tourismus, Gastronomie, da gibt es die Kurzarbeit. Und die betroffenen Unternehmen bekommen die Förderungen und Unterstützungsgelder auch nur, wenn sie ihre Mitarbeiter nicht kündigen, sondern diese in Kurzarbeit und somit in Beschäftigung halten, damit die Menschen ihren Job nicht verlieren und sofort auch weiterarbeiten können, wenn wir wieder Öffnungsschritte setzen können. Das Geld, das jetzt in die Hand genommen wird, Österreich macht Schulden wie wahrscheinlich noch nie oder schon lange nicht. Muss man damit rechnen, dass man irgendwann einmal ein Sparpaket erleben wird, wenn wieder bessere Zeiten kommen? Ja, wir müssen natürlich wieder auf den Weg zurückkehren, den wir vor der Krise verfolgt haben. Ich habe als Bundeskanzler dafür gekämpft, dass wir ein ausgeglichenes Budget haben und wir haben das zweimal auch zustande gebracht. Wir haben 60 Jahre Schuldenpolitik gemacht in Österreich. Dann ist es uns zweimal gelungen, ausgeglichen zu Haushalten beziehungsweise einmal sogar einen Budgetüberschuss zu machen. Ich wollte diesen Weg auch fortsetzen und dann kam die Pandemie und hat alles zunichte gemacht. Und Sie haben vollkommen recht, Herr Schrom, die Verschuldung, das Ausmaß ist eines, das wir uns nie hätten erwartet. Das ist in ganz Europa so. Unsere Schuldenquote wird auf über 85 Prozent des BIPs steigen und es wird ein Kraftakt sein, diese auch wieder nach unten zu drücken. Was es in den nächsten Jahren vor allem braucht, ist wieder Wachstum. Denn das eine ist die Frage, wie hoch ist die absolute Zahl an Schulden? Die ganz relevante Frage ist aber natürlich auch, wie hoch ist der Prozentsatz der Verschuldung im Vergleich zu unserem BIP? Das ist insbesondere auch relevant für die Frage, wie hoch unsere Zinszahlungen sind und für die Frage der Stabilität unseres Landes. Das heißt, neben der Frage, wie hoch ist die Schuldenlast, wird die entscheidende Frage der nächsten Jahre sein, wie schnell können wir in Österreich wirtschaftlich wieder wachsen? Und da haben wir eine große Herausforderung und das ist der Tourismus. Das, was sonst eine Stärke Österreichs ist, nämlich einen sehr, sehr hohen Anteil von BIP, der dem Tourismus zugutekommt, das ist jetzt im Moment unsere Schwäche. Der Sommer ist zwar relativ gut gelaufen, aber die Wintersaison wurde verkürzt. Die Zwischensaisonen waren auch sehr bescheiden. Und jetzt ist natürlich der Winter 2020, 2021 alles andere als ein guter. Und insofern ist das im Moment unsere größte Herausforderung. Kommen wir noch zu einem Thema, das vielleicht ein positiverer Ausblick ist. Da haben Sie ja Licht am Ende des Tunnels gesehen, nämlich die Impfungen. Aber hat Österreich da jetzt schon eine Impfstrategie, so denn das erfolgreich sein wird mit Pfizer-BioNTech? Also falls es wirklich auch eine EU-Genehmigung geben wird, wird es die Infrastruktur geben? Wird es genügend Impfstoff geben? Das ist ja ein Deal mit der EU. Und vor allem ist man sich darüber im Klaren, dass das natürlich nicht von heute auf morgen geht, sondern ein monatelanger Prozess ist. Also zunächst einmal, weil die Einleitung war, kommen wir zu einem optimistischeren Thema. Ich möchte einmal eins festhalten, ich bleibe ein positiver und optimistischer Mensch. Und so schwierig die Zeiten jetzt auch sind, so überzeugt bin ich davon, dass wir in einem Jahr zurückblicken werden und sagen werden, das Jahr 2020 war ein schwieriges. Aber wir haben es gut gemeistert. Und wir stehen wieder stabil da mit einer positiven Entwicklungsprognose auch für unser Land. Und die Impfung wird der Game Changer sein. Und ich bin wirklich froh über den Forschungsfortschritt, den es hier gibt. Ich habe im August gesagt, bis zum Sommer ist eine Rückkehr zur Normalität möglich. Die amerikanische Regierung hat angekündigt, im April sollen alle Amerikaner schon die Möglichkeit haben, geimpft zu werden. Es ist jetzt noch etwas die Frage, wie schnell können die Pharmakonzerne auch produzieren. Aber Pfizer zum Beispiel hat schon sehr, sehr viele Impfdosen produziert und ist kurz davor, diese auch ausliefern zu können. Und das Gesundheitsministerium bereitet eine Impfstrategie vor, wo natürlich vor allem zunächst einmal vulnerable Gruppen, ältere Menschen und das Gesundheitspersonal geimpft werden sollen, so wie das eben üblich ist, wenn der Zugang ein beschränkter ist. Wir sind beteiligt am europäischen Beschaffungsprogramm und sind parallel dazu auch mit den Unternehmen in Kontakt, um auszuloten, ob wir über die europäischen Zuteilungen hinweg noch zusätzlich Impfdosen auch erwerben können. Es wird nicht von heute auf morgen für alle Menschen da sein, aber ich gehe davon aus, dass im ersten Quartal schrittweise mit einem Impfen der Bevölkerung beginnen werden kann oder begonnen werden kann. Und das ist der Game Changer in der Gesamtsituation. Unser Ziel als Republik muss es sein, nach der Öffnung am 7. Dezember so behutsam, so vorsichtig, so diszipliniert zu agieren, als Republik, aber auch als Bevölkerung, dass wir bis zur Impfung durchkommen. Jetzt ist es ja so, wir erleben jetzt eigentlich zum ersten Mal eine Pandemie in dieser Form. In Asien hat man das schon öfter erlebt und ich sage einmal, in früheren Jahrhunderten hat man immer wieder Pandemien erlebt. Was lernen wir denn eigentlich oder was lernt die Politik generell aus dieser pandemischen Erfahrung für die Zukunft? Man lernt irrsinnig viel, weil natürlich all unsere Strukturen nicht für solche Extremsituationen aufgestellt sind. Ich bin froh, dass wir ein gutes Gesundheitssystem haben, aber kein Gesundheitssystem der Welt ist ausgelegt für eine Pandemie. Ich bin froh, dass wir mit dem Bundesheer eine strategische Reserve haben, dass wir so wie im Frühling, aber auch beim Contact Tracing oder jetzt bei den Massentests auch mit dem Bundesheer solche großen Logistikprozesse überhaupt durchführen und unterstützen können. Aber generell ist natürlich so eine Phase immer eine Herausforderung für ein Land und man kann aus diesen Phasen irrsinnig viel mitnehmen. Ich glaube, ein großes Learning für Europa in Summe, das ist ja schon wieder in Vergessenheit geraten, ist, dass wir unsere Abhängigkeit in der Produktion reduzieren müssen. Sie erinnern sich vielleicht, im Frühling war die größte Problematik, dass es zu wenig Masken gab, dass es zu wenig Schutzausrüstung gab, dass kaum etwas eigentlich in Europa produziert wurde. Also wieder mehr auch strategisch wichtige Produktion, wie zum Beispiel Medikamentenproduktion nach Europa zurück zu verlagern, das halte ich für ganz zentral. Herr Bundeskanzler, danke für Ihren Besuch hier im Studio. Eigentlich wollten wir noch den Terror und die Folgen daraus besprechen. Es gab zu viele Fragen zum Thema Pandemie, vielleicht in einer anderen Sendung. Vielen Dank für den Besuch. Dankeschön auch an Isabel Daniel von der Tagessetzung Österreich. Entschuldige mich noch einmal für diese Verwechslung am Anfang. Ö24.at, könnt ihr mir auch noch dazu sagen. Danke auch fürs Fragenstellen. Und um die Frage, ob nur der totale Lockdown gegen die zweite Corona-Welle hilft, dreht sich es jetzt auch am Abend bei Claudia Reiterer ab 22.10 Uhr im Zentrum. Zu Gast sind unter anderem die Virologin Dorothee von Lehr und die Grazer Pflegedirektorin Christine Kienreich. Die Pressestunde können Sie auch via Podcast nachhören. Und hier in ORF 2 begrüßt jetzt gleich Rebecca Salzer zum Parlamentsmagazin Hohes Haus. Einen angenehmen Sonntag. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017